Wir von der Semantic Web Company haben seit mittlerweile fast 20 Jahren eine Vision verfolgt. Es geht um die Wissensgesellschaft, es geht darum, dass natürlich Daten der Rohstoff sind, um daraus Wissen gewinnen zu können, aber es geht auch darum, wie kann man das alles organisieren, wie kann man Menschen inkludieren, wie kann man künstliche Intelligenz inkludieren beim Aufbau von Wissensdatenbanken, von Wissensgrafen. Und diese sehr zunächst einmal komplex wirkende Materie interessiert uns seit vielen, vielen Jahren und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann man diese neuen Technologien in zahlreiche Industrien einbringen. Die Anwendungsfälle von Wissensgrafen sind mittlerweile so vielfältig, dass man daran auch ablesen kann, wie groß der Demand, wie groß die Nachfrage eigentlich nach solchen Technologien in all diesen Branchen ist, wo Wissen das Zentrale gut geworden ist, wo Menschen, die dieses Wissen haben, auch entsprechend vernetzt sein wollen, damit sie dann eben auch Lösungen für den Kunden, vielleicht auch für die gesamte Gesellschaft liefern können. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir mit Menschen wie Sie, die Sie dafür interessieren, näher in Kontakt kommen können, neue Use Cases entwickeln können, neue Anwendungsbeispiele für Wissensgrafen so weit entwickeln können, dass diese dann auch konkret zum Einsatz kommen. Ja, vielleicht gibt es demnächst eine Gelegenheit, darüber zu sprechen, wir jedenfalls versuchen in der Zwischenzeit mit Webinaren, mit Büchern, mit Use Cases etc. Sie am Laufenden zu halten. Schauen Sie doch mal vorbei auf unserer Webseite. Bis demnächst.